Ja, dann wollen wir mal... ...wollen wir mal ein bisschen aufgeschlagen. Dann... Ja, kommen wir jetzt erstmal alle auf mich zu. Dann machen wir mal jetzt den Big Fat Party Like, ne? Big Fat Party Like! Big Fat Party Like, Big Fat Party Like! Yeah, Party Party Like! Ich kann nicht sehen, aber... ...wenn wir mal ein bisschen aufgeladen. Ich weiß nicht, das ist die Abstand, hast du? So... Du musst ihn doch... ...wennst du noch... ...wennst du noch 5-0, dann gibst du noch zu. Und? Oh, jetzt habe ich gerade, weißt du? Ah, es ist alles gleich. Tschüss. Einmal Ding festmachen. Was denn? Hey, der kommt von hinten. Wie? Der kommt von hinten. Ja, der ist runtergefallen. Doch, das war neu. Äh, ist noch einer inzwischen? Ey, das war unglaublich. 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 Warum? Weil du sie... Ich weiß, du bist auf jeden Fall. Wow. Du musst die nicht immer alle fesseln. Am besten bin ich Null. Na gut. Aber ich werde sie trotzdem gleich weiterhin fesseln. So. So, das war alles noch Null. Okay. Weil du kriegst noch dubbel noch ins P zu sein. Wie du sagst. Ich schiebe schon, warum was Null? Ich schiebe schon mal. Ich schiebe schon mal. Okay. So, weiter. Äh... Auch wenn es immer nur einer ist. Ganz ehrlich. Hier ist SPA wichtig. Ja, du kriegst die aber so. Das ist teilweise echt... Äh... Go. So, wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, du bist du denn? Teilweise echt... Ah, schön. Also, jetzt gibt es keine Aufnahmen mehr. Schade. Feierkarte voll. Ich meine ja nicht. Muhahaha. Hier ist Feuer. Hier seid doch. Ich hab jetzt gerade was schönes mitgebracht. Das ist mir hier kina la. Ja. Der bleibt nicht. Ich lache dich. Ich lache dich nicht. Ich lache dich nicht. Ich lache mit dir. Ja. Nur lachst du nicht. Ja, das ist traurig, ne? Du bleibst das schon. Da war mir. Du weißt, was ich sehe. Ich bin nicht traurig. Wow! Das war wahr. Der hat aber gesessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh nein. Drehen wir uns mal? Ne, da hinten ist es. Okay. Ah, da oben. klar aber ganz ehrlich sollen sie doch die leute die die hier grundsätzlich wohnen denken das ist total eine totaler nahe gehabt weil die tür war vorher so teilweise teilweise so schwach dass man dachte so mal kurz die speicherkarte gewechselt die speicherkarte voll sehr schön aber ich werde nicht vorbereitet werden die speicherkarte bei geart oder habel ja schnell gewechselt hat wobei mein akku ist auch gleich leer von der kamera also es gibt ziemlich viel ja wenn man kommt dass das lade geht mit dann machen wir mich noch dann war es nicht so gut wird dann gleich miteinander raus nein ich hab meine 1,5 stunden material da ich hab meine 1,2 minuten gebraucht ganz gut die gängst machen dann hab ich doch mal die grüten jetzt hab ich mal bereit ich hab mich mal bereit ich hab mich mal auf einer halbe reise wie ich die straufe ich hab ich nenne ich hab schon mal die 1,2 szenen angucken ja sicher nicht Ach, du bist hier der Freddy, der hier denkt, dass er der coolste wäre, ist er aber nicht. Ja, merke ich schon, merke ich schon. So. Sehr schön. So, nehmen wir es hier mal. Die große Gefahr vorbei. Ja, ich habe leider ein paar Zivilisten verletzt. Oh, erledigter Zivilisten, ich habe sogar einen getötet. Ja, du hast sie getötet. Oh, Akku leer. Akku leer, Müller-Drehe, Trink her, weißt du doch. Na, oder witzig, ganz romantisch. Oh, nicht, wechseln Sie die Akku. Ja. So. So. Wechseln Sie die Akku, aber wow, hier doch nicht. Achtung! Erstmal dichtkillen und dann dichtkillen, sehr schön. Man muss das hier auch mal, äh, mal eine Kamera gut unterhalten. Die hat gestern drei Stunden gelaufen. Ja. Hier auch nochmal gute zwei, ja, das sind fünf Stunden durchgehend laufen und dann, ja. Ich glaube, ich kann das auch schon mal gut. Oh, hier sind Polizisten, hallo ihr Polizisten. Tschüss. Wir haben, dass das Kamera, ähm, leer geht nach fünf Stunden Dauergenutzung. Das glaube ich, ähm, ganz romantisch. Ja, dann gucken wir mal hier auf dem Duch, äh, auf dem Duch. Ich sagte auf Duch. Kommt doch. Kommt doch. Danke. Doch. 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 Da ist noch eine Aufgabe. Gute Tat. Oh, die Eiskönigin ist wieder da. Da sind Sump-Monster auf dem Weg in die Ascension-Gemeinde. Wir müssen schnell hin, sonst gibt's ein Massaker. Schnell. Oh, dann gehen wir mal schnell hin. Ja, komm. Nein. Splitter machen wir später. Obwohl, nö, komm. Wenn ich schon hier bin. Oder sitzt du auf Zeit, weiß ich nicht. Du hast schon eine Stütte. Ich hab, nein. Ich hab gerade einen Splitter gefunden. Die wollen, die sind ja ein besonderer Kuh, weil die stehen da. Ja. Dann tue mal das, was man mir sagt. Seit wann tue ich das, was man mir sagt. Da ist die Bauer, was ich machen soll. Kasse. Das ist ein guter Grund. So. Nicht, dass ihr findet, was hier so röschelt. Ich muss doch mal kurz an meine Kamera röscheln. Dann rüber. Oh, boah. Einer auch. Zack. Einmal da rüber. Zack. Hier rüber. Oh, irgendwo noch. Okay. Okay. Alle Gegner mit ihm. Dann machen wir mal. Ach so. Hier sind noch einiges, die diese Käfer teilt, ey. Und Kabam. Da, Pickdog. Ich bin nur. Ich bin nur. Sie kriegt ja den Weg. Sie kriegt was von dem ab. Das ist ja der andere. Hier soll jemand sein. Der Oma, der hat wahrscheinlich nicht. Überleg dir mal, was haben wir für einen besprochen, so Auto, Fein. Ach ja, da war ja was. So. 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 Und dann. Opsala. Wie ist das? Ja. Jetzt vom Dach aus, ne? Ja. Aber dann könnte ich halt einen Weg nehmen, wenn die von einem Auto und dann mit 5, nicht so wie das Auto halt. Aber das wäre noch einfacher. Gut. Ja. 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 Super. Ja. 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 schon wieder dieses dernig Wesen, ne? ja, Glitch! tot ja, durch den so'n Glitch! sooo weil man die erstmal alle fertig macht und so meinst du das ja, 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 ja! der war direkt hinter mir! der war direkt hinter mir! ja, 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 ja! ja, 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 ja auch mit drauf gehen lassen ja, das war natürlich sehr unglücklich ja, und die ersten mal da hinten alle tot es ist echt schlimm ist das schlimm, schlimm, schlimm ach, du auch noch hier sehr schön das war Post-Job ja, jetzt auch noch von dir kaputt gemacht werden, ist klar so ahhh wirbel nein mitnehmen drehen drehen ja, das war zu niedrig, oder? ja wow so da ist voll umgesäbelt ähm nein nein nein, nein, nein wo ist eine Energiequelle? da ist eine Energiequelle so mitnehmen da ist hinter mir da ist hinter mir neben mir neben mir der ist gut abgewehrt ja ich weiß das soll den Gegner nicht loben schon öfter gesagt ja den restlichen den restlichen Kram kann ich doch auch direkt vorbei machen, gell? der ist ja fast besiegt so sieht das aus ja, aber du hast gesehen, es hat oh, ich hab ein neues Dings da neue Mission Böse Böse Mission gesperrt ja jetzt stehe ich wieder jetzt ist gar nichts dafür 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 heute ist Glitch da heute wird geglitscht und das vom Feinsten gut, ich geh wieder in Richtung Hauptmission das hab ich noch nie gesehen mal gucken wie lange das aufrecht hält oh, da ist schon wieder eine Nebenmission und da ist ein Vogel ein Vogel ein Vogel da ist ein Vogel Tschüss ich hab den Vogel den Vogel abgeschossen so Audio mit Schnitt von Agent Lucy Cool Datei G84 mir wird klar, dass sie mir sehr vertrauen Agent Cool ich will dieses Vertrauen verdienen und das tun sie jetzt nicht? und das tun sie jetzt nicht? ich muss ihnen etwas sagen die NSA bat mich unsere Gespräche aufzuzeichnen ohne ihr Wissen was? wieso? das wurde mir nie gesagt vielleicht weil die Träger des Komplit Gains sind ich weiß nicht wie oft haben sie jedes Mal jedes Mal unglaublich warte, unglaublich und jedes Mal schwimmt sie in den Mund unglaublich gut, ich darf wenn es um geht, dann geht es um ja Audio mit Schnitt von Joseph Bertrand Datei B146 was wollen sie mir eigentlich weiß machen Doktor das Transfergerät arbeitet so zuverlässig wie es soll es bewirkt eine Austauschrate von 86% zwischen den einzelnen Conduits aber was sie versuchen wirklich Gewinn machen Doktor ihre Maschinen kosten Geld ja weiß ich klar habe ich auch irgendwie gemacht und ich habe einfach nur gucken wollen wo der jetzt ist so lange es klappt sind wir im Geschäft machen sie dass es klappt hä? hä? wie ist die Leiterkarte das jetzt empfängt so dann mach ich so ja kann ich so machen komm 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 ich kann auch versuchen hoch zu klettern oder auch so nun gut dann halt mal so da ist ein anderer Splitter der läuft mir weg ich mach jetzt erstmal die nächste Nebenaufgabe mach ja mach ich was ist da für eine Nebenaufgabe? ach ach aha ich versuche sie doch an ihre Freunde die Menschen die sie lieben wenn die meiner Meinung sind wenn die meiner Meinung sind beten sie wahrscheinlich jeden Tag für ihren Tod nö oder? ey das ist ein Revival von allen Gegnern oder was? bislang sind das mal wann bislang meine beiden Endgegen da Ich weiß, dass ich so sehr entdeckend bin. Ja. Ja. Ja, nein, vielleicht. Erstmal direkt. Ja. Läuft. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ich glaube nicht. Ja, ein bisschen Energie. So, und jetzt. Ka-bäm! Allesamt. Alle drei, sehr schön. Ähm. Ja. Ja. So meinst du das? So. Komm schon, danke. So. Einmal um ihn rum. 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 Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, mitnehmen. Oh. Ja, nein. Wo ist er denn? Oh, ich wollte jetzt gerade das Auto mitnehmen, ne? Ich mach den Mund auf. Nein. So, weiter, 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 weiter. Oh, nein, nein, nein. Da war er schon zu nah. Da war er schon zu nah. Wow. Wo ist er denn? Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja. So. So, dann ziehen wir mal den hier. Och, Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Äh, ich weiß, ich jag ihn immer weiter weg von der Stadt, ne? Nein, 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 nein So, siehst du, Lebensversicherung, ja, ich weiß nicht. Gut, dass ich den heute auch als Gegner schon hatte, ich glaube, sonst wäre ich hier total aufgeflogen, total, also noch schlechter als eben. Du meinst, mehr als jetzt? Ja, mehr als jetzt. Das besplieht der. Ja, ich bin deutlich mehr als jetzt. Das wäre ja auch was gewesen, weil ich mache. Das ist so schlecht. Und dann, tut mir ja gerade, dass wir hier ein Kerl ausbauen können. Ja. Ja, da kann man noch splitteren. Hier, da war jemand, bestimmt. Oh, da, da sind sie. Und ganz ruhig bleiben. Sehr schön. Das ist auch geschafft. Haben wir jetzt hier noch eine Nebenaufgabe. Und dann gehen wir durch die Hauptaufgabe. Weil sonst, glaube ich, langweilst du dich, ne? Okay, schon. Sehr gut, Cole. Was ist denn, wie langweilen? Hm. Hm. Weiß nicht. Reinige Position. Gut, dann gehen wir jetzt hin. Nächste Aufgabe, nächste Aufgabe, hier ist wieder ein Splitter. Ich habe hier echt die Musik übersehen. Ach, der ist ja hin. Da ist sie. Hier ist aber auch ein Splitter. Die muss ja nicht früher hin. Schön. Gut. Geschichte aus der Vergangenheit. Ich habe hier nicht mehr verleden. Was ist das Wasser. δith Bill. Hat aus der Vergangenheit.